Ja Leute, es geht natürlich wieder. Heute werden wir auf satter Hugo. Ich kann nicht mehr reagieren. Nicht wundern, warum meine Haare so kacke aussehen. Nicht wundern, wieso. Ich habe heute bis 6 Uhr gepennt. Und habe jetzt von 2 bis 16 Uhr gepennt. Und jetzt ist 16.29 Uhr. Ich kann nicht mehr. Ich bin fucking müde. Ich hoffe, das geht gleich vorbei. Satter Hugo, in we go, yo man. Wo bleibst du denn? Wir sind hier beim kleinen Treffen und warten auf dich. Nee, Alter. Irgendwann der Typ. Er gibt nicht auf. Digga, was ist das denn? Ich schwöre, ich meine es jetzt ganz ernst. Sowas würde ich mir wünschen, in sowas zu wohnen. Das ist bestimmt auch nicht so teuer. In sowas würde ich so gerne wohnen. Hier würde ich mir richtig geil was reinbauen. Das ist doch ein Klo oder nicht? Toiletten? Ja. Nee, Bruder. Es reichen jetzt ein paar Punkte, die ich dir aufzähle. Die mich schon wissen lassen, dass dieses COD sch*** ist. Erstens. Fangen wir mit den kleinen Punkten an. Erstens. Lass mir die kleinen Punkte weg. Findest du Humatras Skin, findest du das passt in Fortnite oder sagst du nervt? Nervt schon. Humatra, du nervt, Alter. Ich habe gerade erst so richtig realisiert, dass ich mit Trimix spiele. Und Humatra. Schweizer, Digga. So ein Ding. Let's go. Richtige Antwort. Oh nein. Gigant, Digga. Was? Die kennt das nicht? Das habe ich mir gesehen. Super! Super! Bravo! Ich kann eine Sache sagen, wir nehmen normalerweise die Leute mal hoch, die Stress schieben. Wie kratzt du mit I? Digga, das ist, wo ist denn das, Digga? Ist das beim MD? Warte mal! Nee, war's nicht. Und ich war dabei! Ja, danke schön. Oh nee. Ich glaube tatsächlich, es fangen wieder, also meine Mods haben auch wieder angefangen mit Fortnite-Spielen. Das bedeutet... Digga, jeder fängt an damit! Ja, genau. Dann ist die Casual-Basis wieder reich. Dann machen wir heute 10-Win. Du, 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 du! War's, Arita? Was kannst du eigentlich? Richtige Noobs spielen das Game wieder. So. Genau. Joa, zu viel GTA gespielt. Wahrscheinlich auf F gekommen. Wo sind die denn? Moin! Isa, haben wir's auch mal geschafft. Ja. Hallo! Was geht's? Wie geht's denn? Oh, keine Antwort. Oh, nee. Weiß ich nicht. Ich frag doch Dua Lipa. Das ist natürlich jetzt ein interessanter Ansatz. Lass mich kurz schauen. Ich frag mal Dua Lipa eines Kunden. Hey, this is Dua Lipa. Thank you for listening to my music. Mwah. Dir geht's gut. Jonas! Gurus! Family Life! Family Life! Family Life! Family Life! Family Life! Main Server seit Tag 1, Digga! Gehen Sie an die Zellenwand. Joa, ich bin hier grad bei meinem Highscore. Das ist mir sch*** egal. Joa, du kannst doch nicht bei meinem Highscore einfach sagen. Ich soll an die Wand gehen, Mann. Ich will nicht, dass Sie meinen Highscore knacken. Gehen Sie an die Wand. Joa, ich bin bei 3000. Ich muss... Ja! Ja! Family Life, Digga. Ja! Danksverbot im ERL-Stream. Nee, ist ja gut. Anfänglich, anfänglich... Ein ganz klein wenig verwirrt bist du, aber ich glaub, du bist ein Netter. A little bit of my God in my life. Junge, haben sich auch ein paar Leute verewigt, Alter. Boah, Alter! Junge, ich bin fast weggerutscht. Und dabei auch... Ich... Digga. Aua! Aua! Nächstes Jahr brauchst du aber erst schon... Boah, Junge! Ich dachte anfangs, er wäre mit einem Stein abgeschossen worden. Aber okay, vor dem Clip hätte ich ein bisschen Angst. Wo kommt der denn her? Also, es soll natürlich kein Problem sein. Nee, 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 nee. Die kennen mich, Mama. Ich hab dich gefunden! Ehre! Oh, nee, Digga. Danke! Junge! Hermano, bleib stehen oder schießt dir in die Fresse! Bleib stehen! Ja, die Clip ist... Digga, der Clip ist... Da checkt ein Polizist aus. Das ist das... Kleine Erklärung... Bleib stehen oder schießt dir in die Fresse! Bleib stehen! Das ist der BMW M3! Komm raus aus dem Auto! Ja, hier unten. Da sieht man sogar die Lichter. Ich zähl bis drei. Eins... Zwei... Eww... Die holen sich ein Tier mit der Begründung... Ah, ich bin einsam, aber kümmern sich um dieses Hund nicht so. Ah, dieser Hund! Fremdems Court 2 3 Max. Das war einfach ein richtig cooler, höfliger 13-Jähriger. Höfliger? Höflischer? Nee, das klingt falsch. Oh Gott, Spielkanal. Hallo! Hallo! Hey! Was? Seid ihr die echten? Es ist... Soundboard. So, let's go! Wo wollen wir landen? Ja, da wo ich mal kletterkomme. Also entweder... Pusch dich mal, 3 Max! Pusch dich mal! Ja, das ist ein Soundboard. Ich hab High! Ich hab High! Ich hab High! Vor uns Gegner, 300 Meter. Genau. Wollen wir halt so viele schon gelandet sind. Er redest du mit Mike? Er redest du mit Mike? Ich glaub, der Mikropole liegt immer noch nicht. Oh! Oh! Hab ich gehört! Hab ich gehört! Ja, ja, ja. Oh! 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 Ko-Papier. Ko-Papier-Geld. Ko-Papier. Ah, Ko-Pier-Geld, Digga. Junge, ich dachte Klo-Geld, Digga. Das macht ja keinen Sinn. Ich schwör, Digga, ich hab eine Runde Fortnite gespielt. Digga, ist das einfach Horror-Game geworden für mich. Ich schwör auch als Horror-Game. Oh, Digga, jetzt ist mein Leben vorbei. Digga, das ist auch so huge gewesen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Mann, das ist so ein... ...spieler. Wow, huge! Ey! Ja, das ist Roms. Ja, und alle brennen. Was? Ey, ey, ey! Ey, Alter! Ja, Mann, funny. Funny-Clip. Nervig wird und auch anstrengend wird. Wisst ihr, was das Hübsche ist? Ich finde, ihr Gesicht hat... Man guckt gerne auf ihr Gesicht so. Sie hat irgendwie ein angenehmes Gesicht zum Anschauen. So wie ich. Ja! Ja, ja, ja! Oh, dieses langsame Blinsing. Ich glaub, ich habe verliebt. Goodes Video. Hat mich sehr zu machen. Hugo ist und bleibt King. Herzlichen Glückwunsch, by the way, für fast 300.000 Abonnenten. Wird schon. Hier, guck. iSupport. iSupport ist es 300.000. Ich grüß dich auf dein Netz, Hugo. Ja, haust du rein. Schön mit dir, würde ich jetzt mal sagen. Tschüss. Tschüss. Ich grüß dich auf dein Netz,